Thea Gottschalk, ihr neues Leben ohne Thomas Thea Gottschalk meldet sich nach Jahren der Stille zurück und begeistert mit einem Video an der Seite ihres Sohnes Roman. Thea Gottschalk, erstes Lebenszeichen nach fünf Jahren Es ist ein kleiner Videoclip mit großer Wirkung. Thea Gottschalk, 78, zeigt sich darin endlich mal wieder der Öffentlichkeit. Seit Bekanntgabe der Trennung von Thomas Gottschalk, 73, im März 2019 ist es ruhig geworden um die sympathische Münchnerin. Nun meldet sie sich nach fünf Jahren zurück. Im physitypisch extravaganten Look lächelt sie happy in die Kamera. Ja, der attraktive Mann an ihrer Seite bringt sie zum Strahlen. Dabei handelt es sich um ihren ältesten Sohn Roman Gottschalk, 41. Neben ihm wirkt sie glücklich und ausgeglichen, während die beiden locker über ihren Besuch bei Roman und seiner Familie im kalifornischen San Diego plaudern. Die Fans machen Thea Mut, schön, dass ich noch nicht ganz vergessen bin. Schon am Tag zuvor postete der Gottschalk-Spross auf Instagram wunderbare Familienschnappschüsse, Thea mal beim Kartenspielen mit Enkel Sebastian, fünf, mal als Super-Oma in der Küche. Und noch ein Foto, auf dem auch Romans Ehefrau Melissa, 41, mit allen zu sehen ist. Herzerfrischend normal. Und die Fans sind begeistert. Darüber freut sich Thea im Video sehr, finde ich natürlich rührend, finde ich sehr, sehr schön, dass ich noch nicht ganz vergessen bin. Und ihr Ältester freut sich mit ihr. So viele Leute lieben dich noch. Sie sagen, dass du eine tolle Frau bist, so der Sohn des Ex-Wetten, das Moderators. Thea Gottschalk machte sich früher in der Öffentlichkeit rar, blieb immer äußerst zurückhaltend und überließ Thomas die große Bühne. Dass sie sich jetzt so glücklich zeigt, freut also viele. Was ihr Ex wohl dazu sagt. Der Entertainer, der seitdem er aus mit Karina Amross, 61, glücklich ist, hat sich bislang nicht über den Auftritt seiner Ex geäußert. Doch auch ihm wird es sicher gefallen, dass sie wieder so strahlt. Und wer weiß, vielleicht steckt ja auch ein neuer Herzensmensch dahinter. Es wäre Thea Gottschalk zu gönnen. Und wer weiß, dass sie wieder so strahlt sind, dass sie wieder so strahlt sind. Und wer weiß, dass sie wieder so strahlt sind, dass sie wieder so strahlt sind.